Stimmt was! Wenn nicht, dann bin ich sauer. Dann gehe ich sofort zur Ruiner. Wollen wir, dass da was ist? Brennl! Ach, ich brauch nur... Verstehe. Wir haben ein bisschen heilen trainieren. Das ist auch mal eine Idee. Wir werden mich auch brauchen. Mhm. Weil Zauber sind immer wichtig. Ja! Und du hast auch schon... Wusch wusch! Wusch wusch! Yesa! Dort! Grandia, komm! Ich mach, komm, 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 komm. Sechs, sieben. Süß. Was zu geil! Hah! Da ist was! Riech immer ne gute Nase! Woah! Hat sich ja echt gelohnt, auch zu gehen! Hat sich ja echt gelohnt, auch zu gehen! Wauw! Hat sich ja echt gelohnt, auch zu gehen. Das möchte ich nochmal in die Stadt und an die Arbeit benutzen. Das wollte ich nicht sterben und lasse meine Ei benutzen. Aber ich lasse es erst mal, oder? Ich lasse es erst mal. Ich komme ja gar nicht mehr mit dir da her. Mana-Eier? Hießen die ja auch Mana-Eier oder nicht Mana-Eier, oder? Das sah zumindest auch anders aus, der Gegenstand der da lacht. Ja, natürlich. Na ja. Weg zu den Dormruinen, gesperrt. Für Mitglieder der Abenteuer der Liga. Sind wir ja nicht. Wie, was ist das denn? Mach mal. Nichts im Speichern hier. Geh weg! Was wissen wir von dem Ding überhaupt? Was Baumartiges. Ja, was Baumartiges. End. Was ist denn nochmal End? Lebende Bäume. Macht Sinn. Oh, ich bin vollkommen nicht. Äh. Kann man nicht aus. Also, der taugt nichts. Ach so, weil Justin eine Axt hat. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht wirklich Sinn. Ja. Axt und Baum. Ist nicht gut. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Gut, Spena wird dann eher Feuer benutzen werden. Aber das sollte auch Wehi tun. Für einen Baum. Also, wenn ich für einen Baum, das wird auch was tun. Ja. Was ist das denn hier? Oh Gott. Ich hab' ich verlaufen. Geld. Wie viel Geld verlaufe ich mich denn? Hier ist nix. Nein. Oh Gott, ich sehe den... Waldverläuterbaum nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Tja! Oh, Geld! Ich hab' ich verletzt. Ich hab' ich verletzt. Ich hab' ich verletzt. Ein riesiges Monster begreift mich an. Oh, Geld! I killed you! Gut! Gut! Ich hab' ich verletzt. Ich hab' ich verletzt. You killed me! Ja! Ich hab' ich als Misser erst recht nicht. Aber wir haben ja den Justin. Ja, seine Axt. Ja! Einfach in zwei, zwei, zwei! Woah, Geld! Das hat dir echt gelohnt. Ja! Hm, Geld, Geld... Wo ist denn der Speicherbaum? Wo ist denn der Speicherbaum? Strange. Echt strange. Mäh! Du kannst gar nichts. Hallo! Ja! Naja, zwei. Ah, so ist das schön. Wer ist weg? Und wer ist weg? Sooo will ich jetzt sehen. Du musst das immer laufen. Ja! Was ist weg? Oh, du musst dich erfahren. Durch die Welt? Aber nicht. Hey! Neuho- Ja, okay. Jetzt sind wir schon bei den Tausender Bereichen. Ich fühle dich die geschächtige Person, ey. Aua, aua, aua. Hexe. Ich fahre das ab. Es sah schon sehr komisch aus, wie du dir vorhin gehalten hast. Sie sehen, dass ein bisschen Hesse da eben... in der Kälte... halt... ich hab mich verlaufen. Mhm, sieht so aus. Okay, da lang, oder? Nein. Die Türme sehen komisch aus. Ja, das finde ich auch. Halb Turm, halb Baum, oder wie? Oh, wahrscheinlich wäre ich so nichts mehr. Äh... Ich schätze... Ist das in Aussichtspunkt? Das finde ich gut, dass es in Aussichtspunkt ist. Woah! Ooh! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Jetzt kommen hier noch so Lichteffekte, wie bei Celler kommen. Ich muss aber mal gucken. Ich hab nur auf die Kiste geachtet. Ich hab irgendwie so ein Radar dafür. Ich möchte jetzt aber einen Speicherpunkt haben, dann würde ich auch mal... Böööö... Ja, der da. Der hat ne coole Stimme, muss ich sagen. Auf Englisch sind die alle super. Aber auf Deutsch. So gruselig. Zu, du nutzt hier irgendwie gar nichts. Ne, den Gegnern jetzt absolut nicht. Ne. Was will ein Pfeil auf dem Baum ausmachen? Lachte doch mal drüber. Ich kratze also die Rinder ab. Komm her. Ähm... Wie war der Aussichtspunkt? Ah, ich bin im Kreis gelaufen. Ne. Das geht schlecht. Das ist eh was großes. Das ist bergartiges. Ich glaub ich muss da hoch. Oder? Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Das ist schon klar. Aber... Jetzt im Geier bin ich! Jetzt bin ich hier. Ahhhhhhhhhh. Okay, das braucht Sinn. Okay, was ist mit Böderung? Böderung was raus? Böderung was raus? Böderung was raus? Ich geh jetzt einfach rein hier. Ich kann nicht irgendwas durchziehen. Ja? Gut, danke. Ich muss nochmal umstellen. Wow, riesig. Die sind die dummen Ruinen, Justin. Als ich das letzte Mal hier war, waren überall Soldaten der Galai und so. Und so konnte ich nicht hinein. Das ist das erste Mal, dass ich die Ruinen betrete. Vorsichtig also, denn ich weiß nicht was passiert. Okay, okay, lass uns gehen. Cool, cool. Wo willst du mich hinschicken? Was findest du eigentlich? Schleim. Komischer Schleim. Jetzt müssen wir den Eingang erstmal finden. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin relativ... Ich bin relativ normal da mit meiner Axt und so. Bis auch jetzt so Messer was anhaben könnten. Schätze ich. Mehr oder weniger. 2.5. Weniger als Justin mit der Axt.